Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood Da Vinci ist verschwinden natürlich, ist klar Und zwar, ja, lade ich recht herzlich mit ein hier dabei zu sein Wir müssen genau dorthin Wir haben ein bisschen Warners, sag ich jetzt mal, geparkt oder aufgehört Allerdings habe ich jetzt gerade geladen und wir sind hier wieder Ist aber kein Problem, ist ja kein großer Umweg Wir müssen in den Vatikan, um die letzten drei Bilder oder die letzten zwei Bilder, ich weiß es gerade gar nicht, zu holen Uns zu gönnen Und ja, alles klar, dann reden wir mal mit den Kortisanen, würde ich sagen Und viel Spaß Kommt mit mir Wenn wir drin sind, markiere ich die Bilder, die ihr stehlen sollt Bringt sie zu Leonardos Werkstatt, kapito Einladung Hier Oh, hey Bis später Hoffe ich Oh man, die Affäre Ezio, die Tore Leonardos Gemälde bei der Kunsterschönung aufspüren und markieren, ohne dabei gemerkt zu werden Kann ich jetzt die Distanzwaffen benutzen Akzeptieren Alles gut, mein Freund Und Oh man, die Affäre Okay. Wir dürfen keine Distanzwaffen nutzen. Ja, äh, das war zu erwarten. Das war zu erwarten, das war zu erwarten. Man muss das ein bisschen tricksen hier, ähm, das wird auf jeden Fall schwierig, aber ich hab's schon mal geschafft, aber es wird auf jeden Fall sehr schwierig, das hinzubekommen. Das war zu erwarten, das war zu erwarten. Hey, ihr solltet nicht hier sein! Geht! Gucken, ob sie darauf anspringen, irgendwie, in irgendeiner Weise. Geht! 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 Ja! Geht! Ja! Geht! Ey, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, mein Freund, es tut mir leid, es tut mir leid, ich wollte es eh... Ich sehne mich nach einer Gelegenheit, meine Waffe auszuprobieren, verstanden? Ja, ich sollte eigentlich keine Distanzwaffen benutzen, aber naja, was soll man machen, ne? Geht! finally. At los! Oh! Oh! Jesus! Oh! 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 Ich überlege, wie ich es mache. Meint ihr, ich werde desynchronisiert, wenn ich jetzt eine Rauchbombe schmeiße? Weit ich nicht, okay, das ist gut zu wissen. Was habt ihr hier zu schaffen? Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen, herrloser Kerner? Nee, Krieg zerholen. Jetzt verschwinde hier. Ich will dir meinen Tag nicht mit Dreck wie dir vermiesen. Blöde Zivilisten. Okay, er hat mich entdeckt. Das war irgendwie schon vorherzusehen. Irgendwie war das schon vorherzusehen, das war irgendwie schon klar. Schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Ah, ist natürlich scheiße jetzt. So, war das auch wieder nicht geplant, aber egal. Ist halt auch die scheiß Leiche runter. Da läuft alles nicht so gerade so krass wie geplant, aber naja. So, war das nicht so. Oh, was ist hier los? Du hast verschwindet, die kennen keine Gnade. Ja, das ist das, was ich hier machen wollte. Oh, mein Gott. Ich war nicht beteiligt, nein. Das ist das, was ich hier machen wollte. Nein, du Bastard, Junge. Ich will euch nur zu gerne in den Töber werfen, Aniko. Keiner würde eure traurige Erscheinung vermissen oder uns aufhalten. Du wirst von nun an ein artiger kleiner Trottel sein. Du bist mir sicher. Als nächstes holen sie wohl mich. Die obere Etage mit weiteren Meisterwerken ist nun für die Kardinäle eröffnet. Also auch für mich. Perfekt, wir hätten das erste Bild schon mal angemarkert. Was? 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 Gehen wir kurz ein bisschen herum. Oh! Ganz ruhig Per-Kardinäle, meine ich. Ganz ruhig. Mal verstecken. Ganz ruhig. Doch. Vigilat. Ja. 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 Ganz ruhig, mein Freund Ganz ruhig Ganz ruhig, mein Freund Ganz ruhig, mein Freund So, nächstes Bild, perfekt So, nächstes Bild